hallo und herzlich willkommen zu dem neuen projekt auf meinem kanal zu Jersey Park wir haben kein geld Zeit wann haben wir kein geld egal ich will als ich gar nicht fragen ach so ja ich glaube als wir die eine Lösung bei den Geschichten oder sowas gemacht haben oder was ist es nicht ich weiß nicht mehr wann es war ich habe die ich habe die ich habe die ich habe die Ja. So cool. Ja. ich muss zugeben letztens habe ich vor scheinern bisschen rausgegeben nicht auflegen ja mein trick dabei ist immer ein bisschen warten bis es rot wird damit ich mehr geld bekomme ich will das gar kein so schlechter trägt ich meine guckte stückmann wenn man einen lauf los drückt ja da kommt man kommen wird meine ich meine meine 60.000 und ich habe gehört wenn man 60.000 ich habe gerade 19.000 schon nach einer halben minuten das könnte ich was werden ja dass so mehr kurs hat sich überlebt zu mehr geld bekomme ich auch was könnte ich mal wirklich was werden jeder hat das kämpfen mal wieder ich finde es unlogisch zum beispiel die babys die auswischen wollen aber nicht gegen die mauer knall zum beispiel hierbei albert graus war das einmal so bei mir weil das ja nicht gegen die mauer haut sondern gegen die luft das sah irgendwie lustig aus ja wir haben noch 30 sekunden widersprechen das locker die kurs obwohl ja wir müssen okay heute wollte ich partner mit euch machen wir nicht praktische neuer heißen ich kaufte im paket paketen hier haben sie sich von josek welt der game abgeschaut das fettig okay hier sind geld einsammeln wie ich schon mal zum tag da ist auch mal die nur die nicht bekommen habe und kurzer kart bis es sich gelandert wieder da ich hatte eigentlich alter china das schon ein klasses ding ja letztes habe ich hier dieses fette fisch hier bekommen das ist einer meiner besten im park also hat sich schon die scheine ein bisschen ausgeben gelohnt und ich meine ich habe auch ein paar scheinen dafür bekommen man reden ich befürchte es gibt noch mehr schlechte neuigkeiten öfters mal was neues alles gab dieses beben hat die schrumpf zuvor gekappert mitte problem für märz gemeinster kristrasse kann man reguliert kurz die eis schenke werden zu warm halt was sagen sie da dr meint das alles ja blablabla platzieren die aufgaben so sinnlos alle so ich glaube den richter pack zeigestellt auch noch er hat davon richtig ok ok die kämpfe werden in der nächsten folge stattfinden weil alles alles abholen bevor ich zum nächsten fahrt geht so kurzer kart bis gelandert so die wieder da wasser und wie viel kostet der die jetzt probiert klar ist ein Jahr vor dem haben wir letztens abgestattet ich habe einen schlussgeschickten nachher von den Namen hier vor dem gelbsten abstehen den spd bekommen ich habe von massen genommen als einen anderen linken oder sowas was wir das weiß ich nicht deswegen habe ich einfach den hier genommen wenn man sagen mir besser gefällt ich glaube es auch stärker ja klar doch wenn ich nicht bekommen würde dass wir mal so kurzer karte ist gleich so bin wieder da die ist gerade der ton ausgegangen so ich meine der letzten zeit die wir haben ein einziges schon hier so dass normal kam und ich hoffe wir werden auch gewinnen ich hoffe mal alles klar nehmen muss man ja das jetzt nicht ich habe gesagt die folge darf nicht länger dauern als 15 minuten sind die die das ist aus dem der kaputt zu uns kommt alles klar den haben wir wahrscheinlich verloren aber ich versuche mein Bestes ok, der ist nicht so stark wie meiner weil der ist wie ich da ja doch ist es nicht ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Teil der Aufgabe sei nicht verstanden das zu finden ich probiere mal dass wir ausbreiten die Schöpfung aufwand statt im Kreis zu laufen das haben sie unnoglich gemacht das soll steckig nicht sein aber das ist nicht erwartet ich hätte nicht erwartet dass du so schlecht bist so gut erworbt so schlecht können sie sein ich habe keinen Bock zu verkämpfen mal wechseln du siehst es jetzt das war so macht es uns schon wieder ich habe mir gesagt ich fachstelle gezeigt Aber wenn du so dumm und chillern bist, bitte. So, damit bis zum nächsten Mal. Nein, natürlich nicht. Wenn es so bei 14 Minuten ist, muss ich leider abbrechen. Wenn wir es nicht schaffen, tut mir es leid. Weil mein Handy hält es nicht aus. Wenn wir es schaffen, ist es toll. Wenn nicht, Pech gehabt. Ein anderes Mal. Ja, nächstes Mal versuche ich schneller zu kämpfen. Oder so was zu. Die Mission, ja, hallo, hallo. Komm schon. Da ist es nicht. Ja, die letzten zwei Minuten checken die nicht mehr. Aufmerksamkeit. Ich möchte einmal super dafür den Justinen. Jeder weg. Da ist es super Zeit. Gib doch einfach mal an. Aufmerksamkeit. Ja, vielleicht ist das da immer noch die Hüte. Manchmal super, danke, dass ich auf dem Landweiler. Alles klar, der hat einfach mal überlebt. schon jetzt und so und ich bin zu ich habe das ist ein Teil des Kampfes vielleicht sind die Verschaffung ja, beide sind nicht schlecht aber im nächsten Part sage ich schon in diesem Falle was wir gemacht haben also kurze Zeit bis gleich Leute, wir haben auf eine ganz ungesamme Weise gewonnen der Gegner hat die Verbindung getrennt eigentlich wollte ich noch das machen bevor ich kurz bevor ich gewonnen habe aber der Gegner hat die Verbindung getrennt das heißt, ja wir haben praktisch schon gewonnen und damit bis zum nächsten Mal wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt ein Like da wenn euch diese Folge nicht gefallen hat, dislike und damit bis zum nächsten Mal